Von Ladivostok bis nach Moskau fahr ich mit der Eisenbahn. Von Ladivostok bis nach Moskau fahr ich mit der Eisenbahn. Die Tür geht auf, ne Frau kommt rein an der Leine, ein dickes Schwein. Die Tür geht auf, ne Frau kommt rein an der Leine, ein dickes Schwein. Ein Kind fragt, ist hier noch Platz aus seiner Hosentasche quakt? Ein Kind fragt, ist hier noch Platz aus seiner Hosentasche quakt? Als nächstes kam ein fetter Mann mit einer Ziege unterm Arm. Na nu, was rollt denn da vorbei? Ich glaub, das war ein Hühnerei. Na nu, was rollt denn da vorbei? Ich glaub, das war ein Hühnerei. Von Ladivostok bis nach Moskau fahr ich mit der Eisenbahn. Nikolai, drei Zentner schwer, das ist kein Mann, das ist ein Bär. Nikolai, drei Zentner schwer, das ist kein Mann, das ist ein Bär. Hallo, ich bin der Babutschka, magst du trinken Wodka? Hallo, ich bin der Babutschka, magst du trinken Wodka? Was rappt? Trinkbrüderchen. Passivo für den Fensterplatz, sagt ne kleine Mietzekatz. Danke für den Fensterplatz, sagt ne kleine Mietzekatz. Ostrochno, der Zug hält da nicht. Ich glaub, wir sind genug gefahren. Vorsicht, der Zug hält an. Ich glaub, wir sind genug gefahren. Von Wladivostok bis nach Moskau fuhr ich mit der Eisenbahn. Von Wladivostok bis nach Moskau fuhr ich mit der Eisenbahn. Von Wladivostok bis nach Moskau fuhr ich mit der Eisenbahn. Von Wladivostok bis nach Moskau fuhr ich mit der Eisenbahn. Von Wladivostok bis nach Moskau fuhr ich mit der Eisenbahn. Von Wladivostok bis nach Moskau fuhr ich mit der Eisenbahn. Von Wladivostok bis nach Moskau bis nach Moskau sind Von Wladivostok bis nach Moskau